Ich bin der Peter Straininger, bin heute in der ADAC-Geschäftsstelle in Straubing. Bei mir ist der Helmut Schmidheder, er ist der Geschäftsstelleleiter und der Dieter Paulig, er ist der Vorsitzende der ADAC und MSC-Ortsgruppe hier in Straubing. Und wir haben das Thema PKW-Maut und ich darf gerne mal wissen von Herrn Schmidheder, wie ihn sich der ADAC zu der PKW-Maut aktuell stellt. Ja, es gibt ja seit Jahren schon Diskussionen zu dem Thema und uns ist wichtig, dass es im Prinzip nicht eingeführt wird, so wie es geplant ist. Es gibt verschiedene Gründe, aber aktuell ist der ADAC gegen eine PKW-Maut in Deutschland. Die PKW-Maut trifft ja den deutschen Autofahrer sehr herab. In der Mineralölsteuer ist ein nicht ohne obligante Steuergelder versteckt. In der Kfz-Steuer, wie der Name schon sagt, 100% Steuergelder werden Einnahmen sein von ca. 15 Milliarden Euro im Jahr für den Staat. Davon gibt er nicht einmal 20 Millionen für den Straßenbau aus. Allein dieser Vergleich ist nicht zufriedenstellend. Und wenn ich jetzt nochmal eine PKW-Maut einführe in Deutschland mit einem Ausländeranteil von 5% Fahrzeugen, dann hinkt der Vergleich total, weil es ist ja nicht angedacht, dass irgendeine Sache, sprich Kfz-Steuer oder die Mineralölsteuer gesenkt wird im Gegenzug. Es wird sicherlich so sein, dass die Kfz-Steuer sich nicht ändern wird. Es wird sicherlich auch so sein, dass die Mineralölsteuer unverändert bleibt, eher noch steigen wird vermutlich. Und diese PKW-Maut trifft auch die Autofahrer, die tatsächlich aufs Auto angewiesen sind, die Pendler. Es wird also noch teurer werden. Es ist eigentlich eine verdeckte Pendlersteuer. Und man treibt auch meiner Meinung nach die Autofahrer von Deutschlands Autobahnen weg, weil dann vielleicht der eine oder andere sagt, es ist günstiger für mich, die Autobahn nicht zu benutzen. Wo auch die Autobahn eigentlich bundesweit die sicherste Verkehrsstraße ist überhaupt. Und ist das auch eine Überlegung, wo auch der ARC sagt, jawohl, die Autobahnen sind sicher, europaweit glaube ich sogar, die sicher sind. Warum sollen wir die nicht benutzen, wenn sie da sind? Ja, es ist richtig. Der ARC sieht es genauso, dass viele Autofahrer dann die Autobahn verlassen werden. Und meiner Meinung nach gibt es dann zwei gravierende Argumente, was kritisch wird. Zum einen natürlich, dadurch, dass die Leute von Abwand runterfahren, Landstraßen benutzen und Bundesstraßen benutzen, wird viel mehr ökologischer Unfug getrieben. Das heißt, viel mehr Abgase gehen in die Luft. Es wird viel schlimmer werden, das Ganze. Und zum anderen denke ich auch, dass natürlich dadurch auch die Umfallszahlen höher werden. Und was die gravierend ist natürlich, die Verkehrstoten leider wieder steigen werden. Also, es wird sicherlich nicht die Verkehrssicherheit steigern, wenn man die PKW-Maut so einführt, wie es jetzt von der hohen Politik in München angedacht worden ist. Ich denke aber auch, dass sich im Bewusstsein der Menschen auch eines klarstellen muss, die PKW-Maut kostet viel, wird aber nicht die Einnahmen generieren, die sie verspricht, weil das Beitreiben der PKW-Maut kostet. Oder wie ist das? Die erste Investition ist wahrscheinlich so hoch, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, wie die Amortisation ist. Bis überhaupt einmal der Break-In erreicht ist, dass er Geld reinkommt. Wenn es keine Vergünstigungen gibt im Gegenzug, sprich Mineral-Einsteuer, Kraft-Einsteuer, dann passt das weiter. In vielen Diskussionen wird ja immer gesagt, durch das, dass dann die outländischen Fahrzeuge belastet werden, kann man sehr viel mehr Geld rein. Aber Fakt ist, outländische Fahrzeuge benutzen etwa im Schnitt 5% unsere Autobahnen. Also, 15% sind es deutsche PKWs. Und man hat auch gerechnet, dass man die Einnahmen dieser 5%-Nutzung verbraucht, um das System auch einzuführen. Also, damit wird diese Argumentation, dass der Auto nicht zahlen soll, und für Deutschland so richtig gemacht. Weil die zahlen im Endeffekt nur das System, dass das System umlaufen halten wird und deswegen neue zusätzliche Einnahmen kreiert werden. Also, es geht wirklich im Endeffekt aus den deutschen Autofahrern. Ja, und das ist genau das, was wir nicht wollen, dass der deutsche Autofahrer wieder mit Zusatzkosten belastet wird. Mehr Bürokratie für eine Sache, die es nicht braucht. Wir haben gute Verkehrswege, wir haben die sichersten Autobahnen und die soll es verbleiben. Und ich denke, der ADAC sagt ganz klar, warum darf es nicht brauchen. Ich bin der gleichen Meinung wie der ADAC. Und darum, sagen wir ganz klar, Finger weg vor dem Gedanken-Spiel. PKW-Maut, den braucht man nicht. Und ich hoffe, dass viele das auch so sehen. Und das ist alles echt. Und ich setze auf den ADAC, der seine Mitglieder macht auch dazu nutzt, diesen Unsinn zu verhindern. Ich schließe mich keine Meinung nach. Ich bedanke für das Gespräch. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017